Grüß euch Leute und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute mal ausnahmsweise am Sonntag, weil ich die letzten Tage keine Zeit gehabt habe. Privat habe ich sehr viel zu tun gehabt. Worum geht es heute? Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch einmal die Geschichte des Internets erzähle. Abgefangen hat das Ganze eigentlich schon 1968. Da hat man versucht, dass man praktisch eine Botschaft, wenn man so an wie, an zwei weitere Computer schickt. Das ist natürlich voll und ganz nach hinten losgegangen. Die Folge war nämlich ein völliger Systemabsturz. Erst 1973 ist das Ganze ins Rollen gekommen. Aber was ist das Internet? Für uns Endverbraucher ist es ganz einfach ein weltweites Netz. Aber denkste, es ist noch viel mehr. Technisch erklärt ist es nichts anderes als wie ein Zusammenschluss von Computer, die weltweit verstreut sind und miteinander kommunizieren. Jetzt ist es aber so, dass sich das Ganze noch viel, viel weiterentwickelt hat und man natürlich auch über, so wie ich jetzt dort mit euch über den WLAN-Router und über andere Daten, Ein- und Ausgabegeräte spreche. Für mich persönlich ist das Internet eine weltweite Kommunikation, eine Datenbank, voller Wissen und ich spüre sehr gern darin. Aber es gehört dazu. Ich habe jedoch die Welt ganz anders kennengelernt, wie die Leute vor dem Internet. Korrektur seit dem Jahr 2000. Ich bin 1980 auf die Welt gekommen und Jahr. Es war das Jahr, in der die Zeitumstellung eingeführt wurde. Ich weiß und noch andere komische Dinge. Aber ich habe die Entwicklung des Internets damals schon verfolgt. Ich bin in einem Museum gesessen, in einem großen Klassenzimmer. An der Wand war eine zweidimensionale Weltkugel und ein Countdown. 1995 hat es dann Kassen aufgepasst. Der Countdown läuft. Wenn der Zähler auf Null steht, gibt es ein Signal und dann geht es alle rein. Es wurde mir vorher erklärt, was ich machen muss. Und ihr könnt mir glauben, die Geräte von damals sind langsamer gewesen als meine Schnücke. Und das mag schon einmal was heißen. Und alle haben sich dann gefreut. Das Internet selber ist jedoch eine Waffe. Und zwar für die Leute, die andere mobben. Cybermobbing. Aber das hat es damals nicht gegeben. In der Anfangszeit des Internets hat man einen Computer braucht, der 700 Megahertz hat. Und einen Netzwerkanschluss oder ein Modem, der es verdammt lang gebraucht hat, bis das sie sich reingeholt hat. Also auf Deutsch gesagt Kinderschuhe. Kinderschuhe. Dieses Gerät war dann mit der Telefonleitung verbunden. Jetzt hat natürlich die Mutter nicht telefonieren können, während ich im Internet war. Und es hat sich alles rasend schnell entwickelt. Die Entwicklung des Internets habe ich euch natürlich auch noch unten in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr euch das Ganze einmal anschauen. Die weiteren Plattformen haben sich dann erst später entwickelt. Mit der Erfindung des Smartphones ist dann die Plattform YouTube gekommen und andere. Ich will da jetzt aus Copyright Gründen keine weiteren Namen nennen. Und auch das Smartphone wurde es gar noch davor entwickelt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wir stehen noch ganz am Anfang. Da ist noch einiges drinnen. Wir können jetzt sogar schon mit einer VR-Brüllen über eine Konsole, die mit einem Router verbunden ist, ins Internet. Und das mag schon etwas heißen. Aber wir wissen an sich eigentlich äußerst wenig. Denn das wahre Wesen, das Internetwesen unter Anführungszeichen, ist unter der Wasseroberfläche. Bildlich gesprochen. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt cool und gesund. Über ein kostenloses Abo, ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und eure Kommentare, wenn ihr konstruktive Fragen habt, würde ich mich sehr freuen. Pfiert euch. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, Rauchen gefährdet die Gesundheit. Also Finger weg von Zigaretten. Euer Mike. Zip.